Wir an Weihnachten, oder? Wir an Weihnachten, ja. Hey ihr Abenteurer, ich bin heute wieder mit dem Outdoor-Buddy unterwegs und zwar sind wir hier in einem Survival-Camp von Wildwaldfrei. Den Account von Instagram verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Und wir werden heute Abend was leckeres essen, was jeder später. Und das hier ist ein ganzes Survival-Camp, wo man auch Survival-Kurse buchen kann. Und ich würde einfach mal sagen, ich führe euch einfach mal rund, wie es hier aussieht. Etwas abwärts hier von der Sitzgelegenheit an der Kochstelle befinden sich hier drei Hütten. Eine befindet sich hier und zwei da vorne, in welcher ganz schön viele Leute Platz finden könnten. Ich bin schätzt 1, 2, 3, 4 Leute dürften hier ungefähr drin passen. Kann man da vorne hinzu machen. Also echt super. Und es war wirklich eine Qual, sich auszusuchen, wo ich heute schlafen soll. Weil es so viele Gelegenheiten gibt. Es gibt sogar noch Hütten, die in den Boden rein sind. Das werdet ihr gleich sehen. Hier ist die Hütte Nummer 2, wo das Dach noch nicht so ganz gut gemacht ist. Das muss ein bisschen gearbeitet werden. Aber sonst auch sehr schön. Ich gehe davon aus, dass alles selbst gebaut ist. Wir haben hier noch eine Unterkunft, welche mit einer Baumarktbahn befestigt ist. Auch sehr schön. Und das Highlight ist eigentlich das ganze Lager. Und zwar hatten wir hier zwei große Feuerstellen mit einem Haufen Sitzgelegenheiten. Hier der Outdoor-Body ist schon fleißig am Arbeiten, während ich hier Unfood treibe. Hey, der muss doch schaffen. So ist es. Also hier ist das ganze Camp oben noch abgesichert mit einem Fallschirm, der wahrscheinlich auch ein bisschen Regen weg hält, obwohl er ein paar Löcher hat. Was auch nicht schlimm ist. Hier befindet sich eine Kochecke. Beziehungsweise wo man allerhand Arbeiten tätigen kann. Da kann man auch gut stehen mit einem Bierchen. Das findet auch schön. Hier hinten befinden sich zwei Pizzaöfen, die auch selbst gebaut sind aus einem Fass. Also alten Bierfass gehe ich davon aus. Hier befindet sich das Abort, das wir mal kurz reinschlucken werden. Und zwar haben wir hier die Dusche und hier die Toilette. Ich hoffe, man sieht es. Da wird sich der Vincent vom Instagram-Kanal On Tour with Jeffrey freuen, weil eine Toilette ist manchmal wirklich Gold wert. Und jetzt kommen wir zum Highlight Nummer zwei neben der Sitzecke. Und zwar sind das Laubhütten. Da wurde eine Konstruktion aus Holz gebaut. Diese wurde unten mit ein bisschen Laub und ein bisschen Gras abgefedert und dann von außen zugedeckt. Ich habe auch überlegt, ob ich da eine Nacht verbringen sollte, aber ich bleibe lieber vorne. Ein andermal vielleicht. So sehen die aus. Also die ist noch relativ hoch am Anfang. Ich habe eben eine gesehen, die sehr schön ist, aber die ist nicht so hoch. Die ist hier. Das sind übrigens auch Survival-Kurse, die man hier buchen kann, wo man dann solch eine Hütte baut und da auch drin schläft. Hier. So. So sehen die ungefähr aus. Also ich habe mich jetzt mal in eine reingelegt. Da wurde es auch ein bisschen feucht. Also ohne Isomatte oder Elefantenhaut würde ich hier jetzt nicht schlafen, beziehungsweise im Notfall geht halt alles. Also hier Komfort, bisschen weniger. Aber ich finde sowas cool. Kai, sowas müssen wir auch mal machen. Und hier ist wieder das Herzstück dieses Lagers. Und zwar ich habe mich dazu entschlossen, die Nacht heute hier zu verbringen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen windanfällig hier sein, aber alles gar kein Thema. Ich habe hier einen guten Schlafsack. Ja, ich würde sagen, jetzt wollen wir erst Feuerholz sammeln, dass wir das Feuer anbekommen und dann Lager ist ja schnell gebaut. Muss ja nichts abspannen oder so. Von daher Feuerholz sammeln. Jetzt, wo der Buddy noch ein bisschen Holz am Kleinmachen ist, werde ich gerade schon mal meine Schlafgelegenheit ausstatten. Ist schnell gemacht, deswegen mache ich es gerade flott. Jetzt habe ich hier die Elefantenhaut dabei. Ich habe es einfach mitgebracht, weil ich jetzt nicht wusste, wie hier die Gegebenheiten sind zum Schlafen. Und wenn ich sie dabei habe, nutze ich sie auch. Dann habe ich wieder die Thermo West Z-Lite dabei. Eigentlich so meine Standard-Isomatte, die ich immer habe, weil sie einfach super leicht ist und führt Gewicht einen recht guten R-Wert hat und doppelter Komfort. Und wie bei der letzten Übernacht schon auch wieder, die Sea-to-Summit-Isomatte, mit der ich auch sehr zufrieden bin. Ich wiederhole mich mal wieder, die hat einen R-Wert von 4,4, gerade für den Herbst-Winter-Bereich eines sehr gutes. Im Vergleich zum Gewicht, die hat, glaube ich, 500 Gramm, knapp, 480 oder so. So, gleiches Spiel wie letztes Mal, Ventil, aufmachen, zieht Luft, fertig aus. Nachher noch ein bisschen Luft reinpusten, damit ich auch die gewünschte Dicke habe. Aber so an sich ist das schon mal. Jetzt lasse ich die nicht aufpusten und dann den Schlafsack drauf. Immer schnell gemacht, ne? So, das ist unbeschreiblich, es ist jetzt 20 vor 5 und ich muss schon die Leuchte anmachen von der Kamera, weil sonst man echt nichts mehr sieht, weil es schon so dunkel ist. Auf jeden Fall ist hier wieder mein Schlafplatz, jetzt endgültig fertig. Wieder mit dem Carinthia brennt da, ja, hier ein bisschen Unatmung, Feierhaben immer noch nicht an, wird halt direkt als nächstes gemacht und der Matthias, der hat heute die Hängematte wieder dabei, also Hängematten-Setup, führe ich euch mal gerade noch vorbei, hier ist so ein bisschen heller, so, schlafen wie die Könige. Ja, ja. So, dann machen wir uns mal los ans Feuer. Jawoll, flammern. Du hast auch sehr guten Zugesflug, deinen Feuerstein. So, jetzt mal Zeit, oder? Ja. Heute gibt es ein Budweiser Budwar Original Tschechlager. Ein Tschechien, die können Bier brauchen. War eigentlich das Budweiser Tschech oder das Budweiser in Amerika, vermute ich das, ne? Ich stehe auch davon aus, was das war, ne? Die Tschechei ist ja älter als die USA, ne? Ja, ja, gut. Lustiger Funfact, die Karlsbrücke in Prag, die ist älter als die Gründung der USA. Ja, ne? Dazu, äh, Kultur am Abend. Spier geschüttelt! War im Auto. So, brauchst du jetzt hier. So, solange der Matthias noch sein Video hier fertig dreht, mache ich uns schon mal einen Kühlwein warm. Zwar ganz klassisch stehen hier. Ich hoffe, man sieht jetzt genug. Und natürlich, das ist ja geplombt. Ei, ei, ei. Na, sorry jetzt. Weiter geht's bei den Kerzenleuchten. Ja, mit einem, äh, mit einer kleinen kleinen Kerzenleuchte. Und der stelle dagegen Grüße raus an den Markus vom Kanal Vitaiker, der ist unten verlinkt. Er hat mich auf diese Lampe aufmerksam gemacht. Die gibt's tatsächlich, äh, bei Amazon leider nicht, sondern, äh, iXF hat sie gefunden. Und auch auf Amazon, die links packe ich jetzt mal ein. Ist ne, ja, kleine Lampe, für so'n bisschen gülen, so'n bisschen orientalischen Anschein. Er funktioniert mit dem Zählicht. Ist ganz einfach aufgebaut. Ähm, ich kann quasi den Deckel hier... So, und ab ins Feuer. Macht aber auch ein wunderbares Licht. Und ist tatsächlich für den UFO-Laternen eine ganz geile, günstige... Aho, Süßchen. Lecker. Oh, geil, die Orange kommt schön durch. Ja. Gute Idee. So, hast du schon erzählt, was wird auch ein Gift? Nein. Also, am Abend gibt's Rindergulasch von der Landmetzgerei Kratz. Kann ich nur empfehlen. Die liefern auch echt leckeres Zeug, was sie haben. Ist so aus der Dose, aber von der Metzgerei hergestellt. Wenn das ordentlich Fleisch drin ist, sieht super aus. Oh, guck mal, riech mal. Oh je, geil. Sehr schön. So, das stellen wir jetzt mal aufs Feuerchen, beziehungsweise Lebensfeuer, dass das schon mal so langsam warm wird. Genau. Dazu reichen wir ein Genießer-Rotkohl. Und wir machen schöne Spätzle. Wie es sich gehört, ne? Mit Zwiebeln noch ein bisschen angebraten in schöne Butter. Perfekt. Ja, ich weiß, Messer auf Stahl gehört sich nicht, aber ich habe leider kein Brettchen dabei. Aber ich glaube, für viele Eisern ist das doch relativ egal, oder? Ja, weil meine Messer sind nicht egal. Ach so. Was ich sehr cool finde, normal muss ich immer selber kochen, aber letzte Woche hat der Kai für mich gekocht. Da hatten wir das Schweinenackensteak als Schmorbraten. Und heute bekomme ich schon wieder gekocht. Das ist ein richtiges Luxus, vor Weihnachten. Ja, du bist auch ein bisschen dick. Fasch hart, läuft nicht mehr. Das merke ich mir. Ein Butterflöckchen. Ein wenig Butter. Ja. Genau. Und das kochen wir jetzt hier mal gleich. Das braten wir mal schön an. Anschließend kommen dann die Spätzle darin. Die werden so ein bisschen mitgeschwenkt. Pass mal auf, in deinem Topf ist der Glühwein drin, ne? Ja. Dann machen wir in meinem Topf jetzt das Rot raus. Das stellen wir auch schon mal nebendran zum... Muss ja eigentlich auch nur warm werden. Das muss auch nur warm werden, genau. Wie ein Meisterkoch. So, so die Spätzle auch. Ne, brauche ich nicht. Nur so das Fleisch noch ein bisschen. Kann ich ja tunken. Genau. Wie an Weihnachten, ne? Wie an Weihnachten, ja. Jawoll, danke dir. Bitte schön. Bin ich mal gespannt, wie der Meisterkoch hier getocht hat. Oh. Kalte Fleisch ist guter, zart. Alles Spätzle ist nicht mal gut. Zutfleisch? Oh ja, die sind wirklich geil. Mhm. Sehr lecker. Mhm. Sehr lecker. Ja. Ich werde jetzt noch meinen Mund-Higiene-Programm starten. Und mich dann auch auf dem Weg ins Bett machen. Es wird Zeit. Ich habe jetzt wieder am Feuer gesessen. Bisschen getrillt. Ja. Jetzt werde ich auch müde. Deswegen Zähne putzen. Und ab dafür. So. Die meisten werden es kennen. Kleines Spiel wie immer. Bambus-Zahnbürste. Hier die Tabletten. Also wenn du draußen bist, beim Tracking oder in der Natur ist das eigentlich das Einfachste was geht. Also eine Zahnpastatube, die wiegt ja auch ein bisschen. Und hier wiegt quasi gar nichts. Hier kann nichts auslaufen. Weil der trocken ist. Es muss halt nur Wasserlicht irgendwie verschlossen sein. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, ob ich mein Schlaf-Setup hier machen soll. Direkt am Feuer. Der Nachteil ist halt nur, dass der Funkenflug doch sehr krasse ist von dem Feuer. Und wir hatten das Problem, dass die ganze Zeit das Feuer auf uns kommt. Und dann auf die Hose, dann muss man es mal weg machen. Und wenn ich dann schlafe und es kommt auf den Schlafsack und brennt sich da ein oder auf die Isomatte. Und ich habe direkt ein Loch drin. Das ist scheiße. Deswegen bleibe ich auf meinem altbekannten Platz. Da gehe ich jetzt hin. Gleiches Spiel wie sonst. Die Helikon-Tex-Jacke benutze ich als Kopfkissen. Ich ziehe mich noch um die Hose aus. Die Saliva-Jacke, die dünnere auch aus. Ich ziehe meine Unterhose noch an. Und dann geht es zum Schlafsack. Und dann melde ich mich da wieder. So. Ich wünsche mir eine gute Nacht aus dem Survival-Camp. 4 Grad haben wir jetzt ungefähr noch. Das Feuer lodert nur ein bisschen neben mir. Ich packe jetzt alles ein. Und dann melde ich mich morgen früh wieder. Gute Nacht. So, ich wünsche mir einen guten Morgen. Ich mache ihn jetzt kurz vor neun. Die Nacht war ein bisschen kälter als geplant. Und zwar ist das Thermometer jetzt aktuell bei 2,4 Grad. Und die Nacht war so um die 2 Grad gewesen. Also 2 Grad kälter als gemeldet. Der Matthias hat schon ein bisschen Feuer gemacht. Er ist schon ein bisschen länger wach als ich. Er war auch früher ins Bett. Ich habe noch ein bisschen am Feuer gesessen. Und ich bin einfach nicht zur Ruhe gekommen irgendwie. Im Schlafsack. Ich glaube, ich habe noch anderthalb bis zwei Stunden locker da gelegen. Bis ich wirklich geschlafen habe. Aber ich fühle mich eigentlich erholt. Ich fühle mich nicht müde. Die ersten Temperaturen ist halt ein bisschen frisch. Wenn man aus dem Schlafsack raus ist. Man braucht ein bisschen. Bis man Power hat. Bis man Körperwärme generiert. Aber das Feuer haben wir schon an. Das erste heiße Wasser ist auch schon fertig wie ich sehe. Und dann wird jetzt mal das Frühstück gemacht. Die Wildschädigung. Okay. Geht gut. Und dann wird jetzt in der Pfanne, wo ein schöner Specksach drin ist, das Ei drin gemacht. Nachher, wenn alles fertig ist, wieder zusammen. Easy peasy. Gut, dass wir mal so viel Besteck dabei haben. so. Geschmack. Soll ich die sangre ver Crefisch. Soll ich mal zumute. Soll ich dich auf. Soll es wieder darauf ein, was ich hier passiert. Soll ich mich auch. So, heute gibt es wieder einen Tee, Lust auf Kaffee habe ich heute schon wieder nicht. Ich bin jetzt mittlerweile wieder auf dem Tee festgegangen und heute gibt es wieder einen Kräutertee. Fragt mich nicht welcher, weiß ich nicht. Wird aber bestimmt schmecken und Rühe ist jetzt auch fertig, ist jetzt gewürzt. So sieht es hier aus. Mit den Speckwürfen bin ich gespannt, die habe ich bis jetzt noch nie probiert, aber Speck macht mal nie was verkehrt. Und der Buddy kam auf eine geile Idee, der hat nämlich die Käsestangen noch einmal in der Pfanne gemacht. Deswegen sind die jetzt schön kross. Wollen wir es an? Wollen wir es an? Der Käsestang ist geil, hat doch schön ein Trauriger für Feuer. Das ist schon geil. Das probiere ich schon mal vorab mit Rührei. Ja, super. Das will man aber bei Rühre und Specker falsch machen. So, gegessen ist, aufgeräumt haben wir jetzt. Samadze ist noch gerade dabei den Rucksack zu packen. Ist auch hier im Moment fertig. Und dann waren wir uns auf dem Rückweg. Das ist jetzt gegen 11 Uhr müsste es jetzt sein. Rucksack gepackt, Feuer ist aus. Ja, das war es eigentlich für heute. Also hat mir sehr Spaß gemacht mit dir. Auch weil die Nacht noch ein bisschen frisch war, aber es ging. Bei dir auch, oder? Ja, es hat schon warm im Schlagstag. Ah, gut. Falls ihr den Outdoor Body noch nicht kennt, ich packe ihn euch unten in die Infobox. Den Link zum Kanal. Ich bin nicht in die Infobox, nein. Nein? Dann kommt er nicht in die Infobox. Und dann, wenn es euch gefallen hat, erzählt es euren Freunden, wenn nicht euren Feinden. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!